Es ist nicht immer einfach hier. Was ist denn das? Dasselbe wie gestern. Und das hier? Die angebrannte Version davon. Von den Produzenten von Luis und die Aliens und Nico. Das sind alle Nahrungsmittel, die noch da sind? Jetzt erwartet deine Freunde ein noch größeres, gigantisches Abenteuer. Wo sind die Kinder? Denn jetzt geht's ab an Land. Land? Fini! Du bist aufgewacht. Mit jeder Menge Spaß. Bitte hör auf mich zu stupsen, ja? Und ganz vielen neuen Freunden. Die Arche, sie ist gelandet. Oh Mann. Wir haben gelernt, dass es möglich ist, unter uns Tieren friedlich miteinander zu leben. Jetzt wird's richtig spannend. Und Fini und Lea halten fest zusammen. Das Abenteuer beginnt. Ups 2, Land in Sicht. Zerstört ihr die Arche etwa für einen Whirlpool? Wir zerstören die Arche für eine ganze Wellness-Oase. Entspann dich, trink ein Schlückchen. Jetzt nur im Kino.